Bei einer Preisverleihung in der Bildungsanstalt Karl Eugens ist der Herzog von Sachsen-Weimar zu Gast. In seinem Gefolge Goethe. Wie gerne hätte ich mich ihm bemerkbar gemacht. Ein Blick, ein Wort des gefeierten Genius. So schreibt Schiller später über den Mann, den er glühend verehrt. Goethe Inders nimmt den zehn Jahre Jüngeren, der immerhin drei Medaillen und Diplome für medizinische Arbeiten erhält, überhaupt nicht wahr. Aus dieser Zeit stammt das früheste Porträt Schillers, das seinem Mitschüler Weckerlin zugeschrieben wird. Schließlich beendet er sein Medizinstudium und verlässt am 17. Dezember 1780 mit dem fertigen Drama Die Räuber in der Tasche die Herzogliche Militärakademie. Das Ölgemälde von Philipp Hetsch zeigt den jungen Arzt, der sich auf Befehl Karl Eugens in Stuttgart als Medikus des Grenadierregiments Auger niederlässt. Die erhoffte Freiheit aber will sich nicht einstellen. Als Arzt ist Schiller miserabel. Die praktische Seite dieses Berufes hatte ihn nie sonderlich interessiert. Viel hilft viel, ist seine Devise, wonach er sich bald auch selbst kurieren wird. Seine Rezepte, von denen dieses erhalten blieb, sind gefürchtet. Mit 18 Gulden jährlich bekommt er einen Hungerlohn. Von militärischem Zwang, Uniform und Perücke kann er sich noch immer nicht befreien. Der 21-Jährige ist enttäuscht, lässt sich wieder einmal gehen. Einer seiner Freunde erzählt später. Krätzende Weine, schlechter Schnupftabak, garstige Weiber waren Beweise für sein mangelndes Feingefühl im Sinnlichen. Ein Schnupfer wie Schiller war nicht leicht zu finden. Hatte er bisweilen gerade kein Tabak, so kitzelte er seine Geruchsnerven mit Staub. Selbst beim Beischlaf soll er geschnupft haben. Das Leben eines Schöngeistes? Trotzdem schreibt und veröffentlicht er Gedichte, darunter die Oden an Laura, sinnlich erotische Verse, zu denen ihn seine Hauswirtin inspiriert. Und er macht munter Schulden, für Tabak, Kaffee, Wein. Aber auch für den Druck der Räuber, den er selbst in Auftrag gibt, um das Urteil der Welt zu erfahren. Dafür muss er sich 150 Gulden leihen, knapp 10 Jahresgehälter für Schiller. Am 13. Januar 1782 werden im kurpfälzischen Mannheim endlich seine Räuberuhr aufgeführt. Eine Sensation. Ein Stück, wie es die Deutschen noch nie gesehen hatten. Auf dem Theaterzettel hatte Schiller, der inkognito und ohne die Erlaubnis seines Herzogs angereist war, das Gemälde einer verirrten großen Seele angekündigt. Ich schwöre euch hier, treu und standhaft euer Hauptmann zu bleiben, bis in den Tod. Seid ihr zufrieden? Wir sind zufrieden. Es lebe der Hauptmann. Es lebe der Hauptmann. Es lebe der Hauptmann. Es lebe der Hauptmann. Ein Augenzeuge berichtet. Als der Vorhang fiel, glich das Theater einem Irrenhause. Rollende Augen, geballte Fäuste, stampfende Füße, heisere Aufschreie. Fremde Menschen fielen einander, schluchzend in die Arme. Frauen wankten einer Ohnmacht nahe zur Türe. Es war eine Auflösung wie im Chaos, aus dessen Nebel eine neue Schöpfung hervorbricht. Die wilde Auflehnung gegen jegliche Unterdrückung, der Schrei nach individuellem Glücksanspruch und persönlicher Freiheit, machen den 23-jährigen Schiller über Nacht zum Star des Sturm und Drang. Zum Erfolgsautor in ganz Deutschland. Die Welt hat ihr Urteil gefällt. Ein Kritiker schreibt, Haben wir je einen teutschen Shakespeare zu erwarten, so ist es dieser. Als Karl Eugen von der Aufführung und den unerlaubten Besuchen seines Regimentsmedikus in Mannheim-Wind bekommt, steckt er den aufsässigen Jungstar kurzerhand für 14 Tage in den Karzer. Obendrein verbietet er ihm bei Strafe, ein für allemal, Dramen zu schreiben. Gerade das aber kann und will sich Schiller nicht verbieten lassen. So sieht er, wieder auf freiem Fuß, nur einen Ausweg. Die Flucht. Nur Mutter und Schwester wagt er in seinen Plan einzuweihen. Den Vater, der inzwischen zum Oberaufseher der herzoglichen Gärten ernannt worden ist, will er nicht in Gewissenskonflikte bringen. Doch als ihn der junge Musiker Andreas Streicher am 22. September zur verabredeten Zeit abholen will, findet er zu seinem Entsetzen den Freund im Chaos, versunken in eine Ode von Klopstock. Er hat nicht gepackt, besteht aber auf Mitnahme zweier rostiger Pistolen. Schiller, der Theatermensch. Doch die Situation ist ernst. Nur an diesem Tag haben am Stadttor Grenadiere Wachdienst, die Schiller nicht kennen. Nur an diesem Tag kann die Flucht gelingen. Um 10 Uhr abends ist es soweit. Ein rauschendes Fest auf Schloss Solitüt zu Ehren des russischen Großfürsten zieht die Aufmerksamkeit aller auf sich. Ein guter Schutz für das gefahrvolle Vorhaben. So kann Leutnant Scharfenstein, Schillers Freund, der in den Plan eingeweiht ist, die Kutsche unbemerkt passieren lassen. Das Geld für die Flucht nach Mannheim hatte Andreas Streicher selbstlos zur Verfügung gestellt. Eigentlich war es für sein Musikstudium bei Karl Philipp Emanuel Bach in Hamburg gedacht. Streicher wird niemals dort ankommen. Doch später ein berühmter Klavierbauer in Wien und einer der engsten Freunde Ludwig van Beethovens sein. Schiller fährt einer mehr als ungewissen Zukunft entgegen. Er ist einer der Ersten, der das Dichten zum Brotberuf machen will. Im Gepäck hat er sein zweites, fast vollendetes Stück, den Fiesco. Mannheim aber wird zur Enttäuschung. So willkommen Rebellion auf der Bühne ist, der Rebell, der Taten folgen lässt, ist es nicht. Die Mannheimer Theaterleute lassen Schiller abblitzen. Verschuldet, krank und immer in Angst vor den Häschern des Herzogs, irrt der Deserteur Friedrich Schiller zu Fuß von Ort zu Ort. Wohin soll er gehen? Da bietet sich ihm eine rettende Hand. Am 7. Dezember 1782 trifft Friedrich Schiller im kleinen thüringischen Bauerbach bei Meiningen ein. Acht Monate findet er hier Asyl. Ein Schiffbrüchiger, wie er sich nennt. Henriette von Wollzogen, die Mutter eines seiner Freunde von der Karlsschule, hatte ihm ihr Gut als Zuflucht angeboten. Bauerbach, das ist die Zeit der Luise Millerin und der 17-jährigen Charlotte von Wollzogen. Bei ihrem Anblick empfindet Schiller so viel Güte und schöne Unschuld. Schiller liebt zum ersten Mal. Doch Charlotte nimmt seine Gefühle nicht zur Kenntnis, gibt einem Adligen den Vorzug. Seinen Schmerz um das unerfüllte private Glück, den Protest gegen die sozialen Schranken in einer absolutistischen Welt, die vielleicht auch seiner Liebe im Weg standen, hat Schiller in sein neues Stück Kabale und Liebe mit hineingeschrieben. Sein romantischer und rebellischer Held ist ein junger Adliger, dessen in der Gesellschaft verpönte Liebe zu einer bürgerlichen, zur Tragödie führt. Du wirst nicht mehr aus diesem Zimmer gehen. Ich antworte nicht mehr. Luise, hast du den Marschall geliebt? Mörder! Mörder! Mörder, Vater! Mit diesem Stück, das am 15. April 1784 in Mannheim uraufgeführt wird, feiert der junge Dramatiker seinen zweiten stürmischen Erfolg. Der Intendant hatte ihn schließlich doch an sein Theater geholt. Er vergab mir. Schiller ist nun mit 25 Jahren im Mannheimer Theater angestellt. Er hat eine schwere Malaria überstanden, die er allerdings mit einer solchen Rosskur selbst bekämpft, das er für alle Zeiten an den Folgen zu tragen hat. Und er ist wieder verliebt. In die verheiratete Charlotte von Kalb. Ihr verdankt er, dass er im Dezember Teile seines noch unfertigen Don Carlos am Darmstädter Hof vortragen darf. Schiller, der Bürgerliche, der Deserteur, zu Gast bei der Aristokratie. Ein kleiner Schritt nach oben, auf der gesellschaftlichen Stufen leider, verdient mit der Kunst. Die Handschrift des Don Carlos ist eine der wenigen erhaltenen Original-Handschriften Schillers. Zu Gast bei der Lesung ist der Weimarer Herzog Karl August, der ihm den Titel eines fürstlichen Rates verleiht. Doch Mannheim wird trotz allem zum zweiten Mal ein Desaster. Laut Vertrag hat Schiller drei Theaterstücke im Jahr zu liefern. Wegen seiner schweren Malaria schafft er nur zwei. Der Intendant glaubt nicht mehr an Schillers Talent, empfiehlt ihm sogar, zum Brotberuf des Mediziners zurückzukehren. Schiller denkt ernsthaft darüber nach, denn ihn bedrängen alte und neue Schulden. Seine Einnahmen sind äußerst gering. Tantiemen für die Aufführung von Stücken im Theater gab es damals noch nicht. Das Verhältnis zu Charlotte von Kalb wird zusehends komplizierter. Die intelligente Frau ist ihm vielleicht zu anstrengend. Sie denkt an Scheidung und an ein Leben mit Schiller. Er verliebt sich ständig in irgendwelche Schauspielerinnen und hält um die Hand der Tochter seines Verlegers an. Vergebens. 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 Untertitelung des ZDF, 2020